Ich begrüße Sie zu einem weiteren Video für Security Insider und zeige Ihnen in diesem Video zehn schnell umsetzbare Tipps, mit denen Sie die Sicherheit in Windows Server 2019 nach der Installation oder eben im regelmäßigen Betrieb verbessern können. Der erste Tipp beschreibt den Best Practices Analyzer. Diesen finden Sie im Server Manager auf jedem Server mit grafischer Oberfläche und können überprüfen, ob Einstellungen auf dem Server noch mit den Empfehlungen von Microsoft übereinstimmen. Dazu starten Sie den Server Manager, klicken auf lokale Server und finden hier im unteren Bereich die Kachel Best Practices Analyzer. Wenn Sie hier auf Aufgaben klicken und BPA-Überprüfung starten, dann sehen Sie, dass hier in diesem Laufbalken überprüft der Windows Server auf Basis von Microsoft Empfehlungen, ob es Sicherheits- oder Fehlkonfigurationseinstellungen gibt, die angepasst werden müssen. Hier sehen Sie dann die gefundenen Optionen. Wenn Sie eine solche Optionen anklicken, dann erhalten Sie im Server Manager auch eine Beschreibung des Problems, was die Auswirkung ist und können hier auch eine Lösung erhalten, sowie einen Link, wenn einer zur Verfügung gestellt wird, wenn das Problem zum Beispiel umfassender gelöst werden soll. Der nächste Tipp befasst sich mit der Installation von Updates. Es ist zwar generell ein trivialer Tipp, aber es ist dennoch sehr wichtig, dass Sie nach der Installation oder in regelmäßigen Abständen überprüfen in der Einstellungs-App bei Update und Sicherheit, ob Updates für einen Server vorhanden sind und diese installiert werden können. Vor allem 2020 stellt Microsoft nahezu mit jedem Patchday einen neuen Rekord auf mit Sicherheitslücken, die geschlossen werden. Das heißt, es lohnt sich durchaus, die ganzen Sicherheits-Updates zu installieren. Zusätzlich können Sie hier über erweiterte Optionen und dann mit konfigurierten Update-Richtlinien anzeigen, überprüfen, ob die im internen Netzwerk definierten Gruppenrichtlinien für zum Beispiel die Anbindung an WSUS korrekt auf dem Server übernommen wurden und welche Einstellungen das sind. Hier sehen Sie die Einstellungen, die hier in meiner Domäne automatisch übernommen werden. Wenn die Gruppenrichtlinien nicht übernommen sind, können Sie in der Befehlszeile mit GP-Update-Force eine erneute Abrufung der Gruppenrichtlinien von den Domänen-Controllern durchführen und sehen dann hier auch, ob diese entsprechend umgesetzt worden sind. Wenn die Aktualisierung der Richtlinien hier erfolgreich umgesetzt wird, dann können Sie wiederum in der Einstellungs-App durch das neue Aufrufen von konfigurierter Update-Richtlinien anzeigen, überprüfen, ob jetzt die Richtlinien korrekt gesetzt sind. Ebenfalls ein wichtiger Punkt ist das überprüfen und das Setzen der lokalen Administrator-Kunden. Wenn Sie die lokale Benutzerverwaltung aufrufen, finden Sie hier den Bereich Benutzer und Gruppen. Bei Benutzer sehen Sie den standardmäßigen Administrator, diesen habe ich hier bereits umbenannt und Sie können hier über das Kontextmenü mit Umbenennen den Benutzer entsprechend anpassen. Das ist durchaus sinnvoll, dass Sie auf diesem Weg sicherstellen können, dass ein Angreifer nicht schon den Benutzernamen des Administrators kennt, denn dieser wird ja hier jetzt nicht mehr verfügbar, sondern es gibt den Benutzer Souser. Ein weiterer Tipp befasst sich mit den Microsoft Security Baselines. Wir haben diesen in einem eigenen Beitrag auf Security Insider bereits besprochen und Grundlage der Microsoft Security Configuration Baselines sind Vorlagen von Microsoft für Gruppenrichtlinien, in denen die Einstellungen bereits so gesetzt sind, wie Microsoft diese für Server empfiehlt. Sie müssen diese nur auf dem Server importieren und aktivieren. Wie Sie dabei vorgehen, haben wir in einem eigenen Beitrag umfassend besprochen und so können Sie Ihre Windows Server mit den Sicherheitseinstellungen absichern, die Microsoft für Windows Server 2019 und natürlich auch für Windows 10 empfiehlt. Natürlich spielt es auch eine wichtige Rolle, wie Sie mit dem Remote Desktop auf einem Computer umgehen und wie Sie diesen aktivieren. Wenn Sie den Remote Desktop aktivieren wollen, verwenden Sie das Tool sycdm.cpl. Damit starten Sie direkt die Systemeigenschaften und auf der Registerkarte Remote können Sie die Remote Verbindung zulassen und eben auch definieren, dass die Verbindung nur dann gestartet wird, wenn auch eine Verbindung zu einem Domain Controller durchgeführt wird. Alternativ können Sie die entsprechenden Einstellungen auch in der Registry vornehmen. Dazu öffnen Sie mit RecEdit die Registry und finden über den Bereich System, Local Machine, System, Current Control Set, Control und dann bei Terminal Server die entsprechenden Einstellungen. Bei fdenytsconnection legen Sie mit 0 fest, dass der Remote Desktop aktiviert wird, mit 1 wird der Remote Desktop deaktiviert. Das ist quasi die Einstellung, die Sie mit sysdm vornehmen. Um zu überprüfen, ob Benutzer per Remote Desktop verbunden sind, können Sie die Befehlszeile verwenden. Hier gibt es die Befehlszeile. Hier gibt es das Tool QWinStar und hier sehen Sie jetzt auch die entsprechenden Verbindungen, zum Beispiel den Remote Desktop der Benutzername Administrator. Ein weiterer Tipp ist das Einstellen von Benutzerrechten für den Remote Desktop. Diese Konfiguration nehmen Sie idealerweise in den Gruppenrichtlinien vor. Ich öffne dazu jetzt auf dem lokalen Server mit gpedit.msc die Verwaltung der lokalen Richtlinie und in einem Active Directory verwenden Sie hier jetzt eben Gruppenrichtlinien. Die Konfiguration und die Pfade sind aber identisch. Sie finden bei Computer Konfiguration, Windows Einstellungen, die Sicherheitseinstellungen und hier finden Sie die lokalen Richtlinien und schließlich das Zuweisen von Benutzerrechten. Hier können Sie jetzt verschiedene Rechte zuweisen. Die wichtigsten Rechte für die Remote Desktop Verwendung ist das Anmelden über Remote Desktop Dienste verweigern. Über Anmelden über Remote Desktop Dienste verweigern können Sie Gruppen und Benutzer hinterlegen, die sich nicht am Remote Desktop anmelden dürfen und über Lokal anmelden verweigern können Sie wiederum festlegen, wer sich generell an dem Computer nicht anmelden darf. Diese beiden Einstellungen sollen Sie überprüfen, genauso wie Lokal anmelden zulassen und im oberen Bereich über Anmelden über Remote Desktop Dienste zulassen. Mit diesen vier Einstellungen können Sie dediziert steuern, welche Benutzer sich explizit nicht anmelden dürfen und welche Benutzer sich explizit am Server über die Remote Desktop Dienste anmelden dürfen. Eine weitere wichtige Einstellung nehmen Sie wiederum in der Registry vor und zwar das Definieren des Ports für den Remote Desktop. Standardmäßig wird ja hier der Port 3389 verwendet. Diesen steuern Sie wieder im Unterbereich Terminal Server. Hier finden Sie Winstations und hier RDP TCP. Über den Wert Port Number definieren Sie über die hexadezimale Einstellung den Port. Wenn Sie hier den Port ändern, müssen Sie aber darauf achten, dass Sie zum einen den Server neu starten müssen, zum anderen müssen Sie natürlich auch eine Firewall-Regel festlegen, mit der dann dieser Port wiederum auf dem Server eingehend zugelassen wird. Wenn Sie Windows Server 2019 installieren, ist standardmäßig auch der Media Player installiert. In den meisten Fällen werden Sie den Media Player nicht benötigen und jede installierte Software, die nicht benötigt wird, stellt generell eine Sicherheitslücke dar. Es ist daher durchaus sinnvoll, dass Sie den Media Player auf Windows Server 2019 deinstallieren. Das geht relativ einfach in der PowerShell. Sie öffnen dazu eine PowerShell-Sitzung, verwenden das Commandlet Disable Windows Optional Feature. Dann mit Bindestrich Online legen Sie fest, dass die lokale Betriebssysteminstallation angepasst werden soll und Sie möchten das Feature Windows Media Player deinstallieren. Wenn Sie den Befehl ausführen, wird die Deinstallation durchgeführt. Bei diesem Vorgang überprüft der Assistent auch, ob die Installation bereits durchgeführt wurde bzw. die Deinstallation und Sie halten hier dann auch die Information, ob ein Neustart des Servers notwendig ist. Mit dem kostenlosen Freeware Tool IES Crypto können Sie einen IES auf Basis von Windows Server 2019 absichern. Der Vorteil des Tools besteht darin, Sie müssen es nicht installieren, Sie müssen es nur starten. Anschließend können Sie über die verschiedenen Einstellungen, die zur Verfügung stehen, Windows Server absichern. Sie klicken dazu auf Best Practices. Danach werden die Einstellungen so umgesetzt, wie Microsoft diese empfiehlt. Sie können die Änderungen natürlich jederzeit wieder rückgängig machen. Ich hoffe, ich habe Ihnen in diesem Video einige interessante Tipps gezeigt, mit denen Sie auch Ihre Windows Server sicherer betreiben können. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.